Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1787 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke, dass der Kaffee hier so gut ist und ich immer so freundlich bedient werde. Danke, dass der Kaffee hier so gut ist und ich immer so freundlich bedient werde. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das sieht man hier sehr deutlich. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das sieht man hier sehr deutlich. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Meine Zahnbürste hat feine Borsten, die meine Zähne sanft und gründlich reinigen. Der Griff besteht aus natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Meine Zahnbürste hat feine Borsten, die meine Zähne sanft und gründlich reinigen. Der Griff besteht aus natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Meine Zahnbürste hat feine Borsten, die meine Zähne sanft und gründlich reinigen. Der Griff besteht aus natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Marias Präsentation hat mir klargemacht, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Es wurde Alarm ausgelöst. Durch das Strecken werden unsere Faszien und Muskeln gedehnt und wieder besser durchblutet. Versuche es erst gar nicht. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Melanie verlässt die U-Bahn-Station und geht in die Stadt einkaufen. Der Kontakt zu unserer Familie in Australien ist viel besser geworden, seit wir das Internet nutzen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wie kommen die ganzen Termine in meinen Kalender? Das schaffe ich nie an einem Tag. Ich habe die amerikanische Flagge auf eine Wäscheleine gehängt. Ein heller Boden sieht immer schmutzig aus. Ein heller Boden sieht immer schmutzig aus. Heute ist goldene Hochzeit. Wir haben 50 Jahre unseres Lebens miteinander verbracht. Wir müssen uns darüber einig sein, wie wir in dieser Sache optimal vorgehen. Zu viel Zucker ist nicht gut für die Zähne. Die Zutaten für mein Frühstück wiege ich einzeln ab. Die Zutaten für mein Frühstück wiege ich einzeln ab. Die Ballaststoffe im Müsli tun meinem Körper gut. Seitdem ich den Fitness-Tracker benutze, fühle ich mich viel besser. Seitdem ich den Fitness-Tracker benutze, fühle ich mich viel besser. Nach der Anstrengung tut mir der Arm weh. Nach der Anstrengung tut mir der Arm weh. Ist das normal? Ist das normal? Einige Pflanzen müssen beschnitten werden, damit sie besser wachsen. Einige Pflanzen müssen beschnitten werden, damit sie besser wachsen. Wir müssen das System irgendwie überlisten. Wir müssen das System irgendwie überlisten. Wir müssen das System irgendwie überlisten. Regelmäßige Saunabesuche gehören zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und verbessern die Sauerstoffversorgung des Körpers. Regelmäßige Saunabesuche gehören zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und verbessern die Sauerstoffversorgung des Körpers. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Beide ich zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und auf-heimlich. Vergesst bitte ein естьes Stück. Vergesst bitte ein Name und gleiches Stück. Vergesst bitte ein Zeugnis zu einem Kontakt mit der Eiselein. So, bei der Anstrengung des Herz-Kreislauf-Systems auch sich stärken. Und dann einfach nur mit der Anstrengung des Herz-Kreislauf-Systems und auf-heimlich. Bauche-Systems und in der Anstrengung des Körpers-Systems und bei der Anstrengung des Körpers-Systems. Vielen Dank.